Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden euch heute mal zeigen, wie schnell die Turbine ist und wetten, dass wir mit der nicht zusammengebauten Turbine schneller sind als eine herkömmliche Kochplatte. Wir werden diese Kochplatte anmachen und in der Zeit, wo die Kochplatte schon anfängt aufzuheizen, baue ich erst die Turbine zusammen, wir stoppen die Zeit und dann sehen wir, wer am Ende schneller ist. Bloß keinen Fehler jetzt machen hier. Wird das eng? Nein, es wird natürlich nicht eng. Wir haben das auf jeden Fall noch nicht vorher getestet. Das ist der erste Versuch, wo wir das jetzt hier machen. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir das jetzt schaffen und ihr seid live mit dabei. Die Turbine ist fertig, jetzt stecken wir die ein. Wir legen Kohle drauf. Jetzt kommt unser neuer Booster drauf. Und jetzt warten wir. A few moments later. So, jetzt schauen wir mal nach. Leider verloren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und könnt mal gerne eure Meinung zu dem Video darunter schreiben. Und vielleicht habt ihr eine andere Idee, was wir noch für Vergleichstests machen können. Ge molta . Oder Oder eine